Wahrheit macht frei. So enden Text und Video von Tobias R., die wie ein Manifest sich auf dessen Internetseite finden. Dort schwadroniert er über sein Leben und seine Lebensansichten, die von Verschwörungstheorien bis offenbar rechtem Gesinnungsgut vieles beinhalten. Er wurde nach seinen eigenen Angaben 1977 in Hanau geboren. Hier lebte er offenbar mit seiner Mutter. Nach Abitur und Zivildienst machte er eine Bankerlehre und studierte Betriebswirtschaft in Bayreuth. Als Bankkaufmann erlebte er auch einen Banküberfall. In seinen Texten beschreibt er die Tätersuche in den Fotodateien der Polizei so. Wobei diese Personen zu 90 Prozent aus Nichtdeutschen bestand. Diese Nichtdeutschen waren wiederum hauptsächlich Südländer, sprich Türken und Nordafrikaner. Zunächst stellte sich mir die grundsätzliche Frage, wie es sein kann, dass solche Volksgruppen überhaupt in meinem Land sind. Diese Menschen sind äußerlich instinktiv abzulehnen und haben sich zudem in ihrer Historie nicht als leistungsfähig erwiesen. Das klingt nach rechtem Gedankengut. Seine Opfer suchte er sich in Vierteln von Hanau, in denen der Anteil an Einwanderern groß ist. Unter dem Kapitel Hochverrat verdichten sich diese Hinweise. Bereits vor 20 Jahren kam ich bei der Problemanalyse, warum duldet Deutschland diese ständige Ausländerkriminalität zum Schluss, dass die straffälligen Ausländer nur eine Seite der Medaille sind. Denn auf der anderen Seite stehen Deutsche, welche entweder ignorant sind oder zu schwach oder zu dumm, um das Problem zu lösen, sprich alle wieder außer Landes zu schicken. Doch die Ausführungen von Tobias R. wirken auch krude, verwirrt, erinnern an Verschwörungstheorien, so behauptet er seit seiner Geburt von einem Geheimdienst überwacht worden zu sein. Als ehemaliger Hobbyfußballer macht er Vorschläge, wie der Deutsche Fußballbund besser organisiert worden wäre. Und der frühere Zivildienstleistende lamentiert darüber, wie der Krieg in Afghanistan und im Irak mit einer besser aufgestellten Bundeswehr funktioniert hätte. Jetzt ist Tobias R. tot, mutmaßlich von sich selbst gerichtet. In seinem Auto fanden sich Waffen und Munition, er soll einen Jagdschein besitzen. Doch bevor er sich für einen Suizid entschied, erschoss er zehn weitere Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020